ich fange mal einfach so an da es bekanntlich empfindliche aber auch unehrliche naturen gibt die halt nur gewalt oder zensur kennen nummer zum klarstellen ich stehe gegen gewalt gegen hass gegen irreführung gegen betrug gegen zensur aber für freie meinungsäußerung für ehrlichkeit für transparenz und für integrität hallo und damit willkommen zu einem weiteren video meiner serie iman tv analyse auf einem kanal der sich nur der analyse einer einzigen gruppe widmet die in zwei ländern vom verfassungsschutz beobachtet werden und denen aus gutem grund wie ich meine alle öffentlichen auftritte per gerichtsbeschluss untersagt wurden und heute analysiere und dann kommentiere ich ein live stream von iman tv was gibt dem leben mehr bedeutung mit der sensationellen frage sinn des lebens islam oder hat es muss naja dann kommt die übliche werbedauersendung um geld einzutreiben aber anstatt jetzt nur zu lügen und zu betrügen wie das ja vorher üblicherweise so war hatte ich irgendwie gehofft hier sei etwas besinnung eingekehrt dem ist aber nicht so und der trend dass diese sendungen immer schlechter werden der bleibt erhalten und das stimmt auch heute wieder so den iman tv leuten ist ja von diversen quellen gezeigt worden dass die behauptungen extrem einfach zu widerlegen sind und dass die ständigen falsch aussagen sofort entlarvt werden können es ist dieselbe zensur dieselbe lügen geschichte und immer wieder der versuch den islam als diese super tolle einstellung zu verkaufen nur geht doch diese ständige wiederholen von behauptungen von denen die ganz genau wissen dass diese falsch sind und nur gemacht werden um andere zu betrügen immer nur nach hinten los ich muss mich doch jedes mal wiederholen und andere sagen dann auch sei doch nicht so grob mit denen aber was soll denn jemand noch machen der geduldig offenheit transparenz und wahrheit anmahnt und immer wieder belogen und dabei enttäuscht wird was kann ich denn noch tun iman tv ist besetzt mit menschen die unheimlich schiss haben einerseits vor menschen ohne götter glauben von nicht oder ateisten weil und weil sie es einfach nicht verstehen was das ist und dann andererseits anstatt mal etwas zu lernen zu fragen aufzunehmen oder zu verarbeiten werden plattitüden und lügen als basis genommen und darauf aufgebaut da kommt dann natürlich nichts gescheites bei raus ist ja klar und egal wie unpersönlich und wie politically correct und abgehoben ich anfange es geht doch letztlich immer um die person die eine ideologie verbreitet und wie diese person das macht welche art der argumente oder der behauptungen dort aufgestellt werden und daher ist es für mich extrem schwer mich nicht auf personen zu beziehen die diese ideologie verbreiten eine ideologie die in sich gefährlich herabsetzend und bedrohlich ist und die machen das ohne andere darauf hinzuweisen weil der islam besteht ja aus einem religiösen teil dem wie gelange ich in einen imaginären himmel und einem weltlichen teil dem politischen islam und hier wird jede handlung jeder gedanke jedes äußern von worten durch den filter des gott basierten islam gedrückt da ist eine person ohne jeglichen götter glauben keine alternative und vor allem kein gegenstück das gegenteil von islam ist nicht atheismus nicht an götter oder götten zu glauben ist kein ismus keine ideologie ohne ziel dogma idole oder rituale ist das kein ismus das genau aber kapieren die leutchen von imantv nicht und daher mache ich jetzt das 508 und weiß ich nicht 12 video mit identischem inhalt fast mit der identischen bitte sich doch mal zu informieren zu bilden zu hinterfragen zu denken und ohne erfolg hier das muss ich zugeben habe ich versagt und absolut nichts erreicht ich kann aber doch nur bitten ich kann nur verzweifeln als humanist kann ich nicht zu hass aufrufen oder zu gewalt oder ich kann nur bitten bitte bitte versucht doch wenigstens zu verstehen was ein mensch ohne götter glauben ist bevor ihr euch weiterhin so bodenlos blamiert und immer mehr zum gespött der menschheit werdet ihr schadet doch mittlerweile dem islam mehr als sie etwas positives beitragt nur durch eure gier nach geld und immer mehr geld ich betreibe die aufklärung also die verbreitung von informationen als hobby ohne einen einzigen cent dafür zu verlangen weil mir eben wahrheit und integrität wichtig sind weil mir wichtig ist dass das was ich glaube auch wahr ist wenn mir jemand zeigt dass das was ich glaube nicht wahr ist höre ich sofort auf das zu glauben und das habe ich schon tausend war in meinem leben durchgemacht es war nicht immer leicht okay stimmt aber es hat sich gelohnt weil ich dadurch meine skepsis immer näher an wahrheit und realität dass ich daran gekommen bin und das ist ein tolles ein sehr erfüllendes gefühl da brauche ich keine götter zu aber wenn jemand einen gott oder eine göttin braucht um über die runden zu kommen ist das völlig in ordnung in meinen augen jedenfalls nur sollte das privat sein und nicht mit der erwartung kommuniziert und raus posaunt werden dass andere das auch dann glauben müssen und b sich dem auch noch anschließen so genug der theorie ich gehe jetzt mal zu der sendung anfang april 2022 und zeige warum die leute von imam tv solche versager sind und null respekt oder anerkennung verdienen weder von muslimen noch nicht muslimen es ist eben schema f lange nichts dann geldeintragen noch mehr werbung einige falsche aussagen eine präsentation ohne mehrwert werbung selbst beweihräucherung und dann hände ringende suche nach kandidaten die bereit sind sich blamieren zu lassen oder wie opfer lämmer einfach nur verständnisvoll zu dicken und hinterher noch mal selbst beweihräucherung und ende und nur vorab in der live sendung sieht man ständig beispiele wie das intellektuelle niveau eher auf der ebene eines penelas liegt ach jetzt werde ich schon wieder beleidigend oder irgendwie sowas ich war aber wie soll ich es denn sonst sagen das ist eine sendung in der hatteisten fertig gemacht werden sollen sogar wie wie hier in unserem kommentar hier wird hat die ist ein fleisch serviert das ist doch nicht gerade geeignet für eine anspruchsvolle unterhaltung und stimmt ich weiß nicht irgendwie passe ich mich dem niveau dann anscheinend an aber okay das ist jetzt nicht die norm aber es zeigt mir wo die latte liegt andererseits ist es auch schwer hier mitzuhalten denn während die islam apologie immer wieder betonen wie toll es doch ist in der sendung mitzumachen und wie alle auch mitmachen können wird fleißig zensiert atheisten werden zwar hofiert wie hier zu sehen aber dann sind schreiber wie papa nur 608 und god of the gaps die werden dann zensiert und werden blockiert weil sie ja kritisch denken und muslime zum denken anstacheln könnten was ja auf keinen fall erwünscht ist das wird dann naja sogar im koran so vermittelt ist also nicht einfach meine boshafte natur als auch das nicht hilft wird der kommentar modus gedrosselt so dass eine diskussion nicht stattfinden kann und schließlich noch ein zensier modus eingeschaltet so dass nur noch die abonnenten unter sich schreiben können und nach der sendung setzt sich das in den kommentaren fort da hier nicht zum beispiel sechs kommentare stehen sondern nur zwei wo sind denn die anderen also mein kommentar wird natürlich sofort kassiert obwohl eigentlich nur etwas belangloses deutschland aber kritik in jeglicher form ist eben unerwünscht und das wurde schon so oft demonstriert dass es schon lächerlich ist wenn ima tv immer wieder genau das demonstriert und dann aber gleichzeitig dementiert das hat ziemlich albern die einzigen kommentare die einigermaßen sachlich sind und auch nicht falsch sind sind die kommentare die sich auf äußerlichkeiten beziehen so wie die bartlänge man sollte es nicht glauben wie viele keine ahnung haben und nichts wesentliches beitragen können und sich nur an sowas festhalten also die präsentation selber naja was kann ich da sagen ohne arrogant überheblich oder beleidigend zu sein nichts es ist die übliche ignoranz es ist die übliche inkompetenz dieselbe fehlerhafte logik das unvermögen sowohl den islam als auch leute ohne götter glauben korrekt darzustellen und dazu noch als ob es alternativen seien oder vergleichbare kategorien es ist traurig dass hier menschen mit einem entwickelten gehirn mit identischen informationen leben wie ich ja auch mir steht ja nichts anderes zur verfügung als denen auch und die bringen dann so etwas zustande das ist eigentlich nicht möglich und das hinterlässt nur kopfschütteln und trauern wir leben gerade im neunten monat des islam kalenders in dem muslime auf kommandos hören die eingeblich ein gott gegeben hat der die erde als kugel erschaffen hat und dann menschen erschaffen hat die abhängig sind von der wasser aufnahme und die dann in diesem neunten monat nicht trinken dürfen solange die sonne scheint das muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen auf einer kugel auf der die sonne zwei oder drei monate ohne unterbrechung scheint also sollen diese leute zwei oder drei monate nicht trinken es ist irrsinn und trotz dieses geistigen unvermögens wird dieser gott angebetet warum und in der in der präsentation da wird dann ein bild mit zahlen gezeigt wonach irrsinn summen ausgegeben werden an propagandamaterialien um eine handvoll neue mitglieder zu rekrutieren nur wissen wir ja aus statistiken dass da kaum welche übrig bleiben nachdem die quasi hypnose abfällt und das gehirn wieder einsetzt dazu kommt dass sogar in in ksa im königreich saudi arabis an die 30 prozent nicht theisten vermutet werden obwohl die als terroristen bezeichnet werden ich habe das ja selbst erlebt wenn mir kollegen gesagt haben sie würden nicht beten oder fasten müssten aber so tun als ob weil ein offizieller muslimanteil von angeblich 90 prozent ein überzeugendes druckmittel ist der tatsächliche anteil ist dann aber eher 50 prozent da auch viele gastarbeiter wie ich auch keine muslime waren das heißt es ist nur eine frage der zeit bevor das dann überhand nimmt und dann irgendwann die massenaustretungen stattfinden jeder mensch hat ist auf der suche nach einem sinn ist auf der suche nach der wahrheit mann ey dieser apologet würde die wahrheit nicht mal erkennen wenn sie auf seinen füßen stehen würde er hat bereits erfahren dass seine aussagen falsch sind und trotzdem sagt er es er sagt es immer wieder um andere zu betrügen und das ist die definition von lüge er ist also erwiesenermaßen ein lügner so hart sich das anhört ich weiß das sollte man eigentlich nicht sagen aber ich tue es trotzdem weil es die wahrheit ist und jeder mensch hat auch irgendwo das bedürfnis irgendwo rein zu passen und hier sagt dieser ansonsten so oberflächliche und nichts sagende mensch etwas sehr wichtiges aus psychologischer sicht etwas was menschen antreibt jeder der schon mal die maslowsche bedürfnispyramide gesehen hat der kennt das und da haben wir eine mögliche begründung warum so viele verkrachte existenzen sich dem islam zuwenden weil sie hier kritiklos aufgenommen und akzeptiert werden nur ein paar mal am tag den kopf auf dem boden viel islam jargon benutzen und du bist ein held auf dem weg in den himmel mit weinen weib und gesang der imantv apologet der kann irgendwie nicht verstehen dass ein mensch ohne götter glauben aus reinem altruismus etwas tun kann was die gesellschaft unterstützt als moslem ist das wenn dann denken fest im gehirn verankert wenn ich etwas positives mache bekomme ich eine belohnung wenn ich etwas negatives mache werde ich bestraft und wenn das dann ausbleibt dann fehlt etwas und kann in der vorstellung irgendwie nicht verarbeitet werden meine frage an dieser stelle gibt es etwas das unterstützend für die allgemeinheit ist das ein t ist ausführen kann was ich als atheist nicht machen kann antwort stadtdessen kommt eine in meinen augen banale frage nach einem sinn des lebens als ob da ein gepetto sitzt und pinocchius schnitzt oder so und hier liegt ja das ganze potenzial eines menschen ohne götter glauben hier kann jeder der nicht an götter glaubt der nun wirklich die trumpfkarten ausspielen weil ein mensch der von einem buch kontrolliert wird das angeblich göttliche ursprünge hat geht durchs leben wie ein kind das nur einige punkte verbinden muss die vorgegeben sind und sich auch nicht verändern lassen die menschen hingegen die ohne diese vorgegebene punkte leben können sind in der lage etwas ähnliches zu vollbringen nur ohne die vorgaben und dann kommt der große unterschied während theisten sich immer nur mit den vorgegebenen punkten zufrieden geben müssen kann ein nicht theist frei entscheiden was und wie gemalt wird und so kann dieser dann etwas erheblich besseres zustande bringen so wie meine moral auf einer sehr viel höheren ebene ist als die eines streng gläubigen muslims ich kann nämlich ohne vorbehalte kategorisch jede gewalt verurteilen egal ob der empfänger schuldig ist oder unschuldig ich kann jegliche gewalt gegen frauen verurteilen egal wer oder wann und was gemacht hat ich kann jede verletzung der menschenrechte verurteilen so die haltung von menschen als eigentum kategorisch verurteilen auch kann ich so ich denn wollte jede form von ehe oder sexueller handlung unter familienmitgliedern also auch cousins und cousinen verurteilen muslime können das nicht das erfüllt mich jetzt aber nicht mit mit hass oder oder aggressivität sondern einfach nur tiefer trauer weil das potenzial ja in den menschen drin steckt nur wird es eben durch den islam virus unterdrückt kann er den durst nach dieser bedeutung diesen willen dieses verlangen nach sinn und bedeutung kann der atheismus das einem menschen geben die antwort ist extrem einfach nein weil es lediglich ein nicht theist ist also nicht glaubt was ein theist glaubt nur ist das wie wir gerade gesehen haben keine schwäche sondern eine enorme stärke nicht ohne guten grund an götter oder götterinnen zu glauben kann überhaupt nichts geben es ist nur die freiheit basierend auf wahrheit und integrität ein erfülltes leben zu führen ohne angst vor einem despotischen gott der einen ständig mit einer imaginären hölle bedroht was ja auch schon wieder völlig unlogisch ist in meinen augen zumindest ist da ja ein teufel die hölle als pulver beschreiben würde nicht als ort des grauens aber kann der t ist das einem menschen geben natürlich nicht wenn der t ist die wahrheit ist wenn er lügt kann ein apologet so tun als ob aber mehr auch nicht ein apologet kann nur behauptungen aufstellen mehr nicht besteht der sinn des lebens daran sieben mal um einen schwarzen stein zu wetzen oder sieben mal zwischen zwei hügeln hin und her zu laufen dem muslim wird das so aus antikem aber glauben suggeriert und durch den befall mit dem islam virus wird das auch geglaubt nur regt sich jetzt im 21. jahrhundert der zweifel was für den islam absolut tödlich ist aber das nagt an eben diesen antiken ritualen diesem heidnischen gebaren den heidnischen ritualen und so wird nicht mehr der gott in den vordergrund gestellt sondern der glaube an einen gott nicht gott selbst wird verteidigt sondern der glaube an einen gott der iman der muss ständig gestärkt werden und da das heutzutage nicht mehr so intensiv geschieht und immer mehr löcher im koran erscheinen kollabiert der islam und die wenigen islam apologeten heute sind erstens inkompetent und zweitens zu weniger um die flut der austritte aufzuhalten und dazu kommen jetzt nicht muslime mit immer mehr wissen über den islam ausgestattet mit immer besseren verteidigungsmechanismen daher die das ableben des islams noch beschleunigen intelligente und gebildete muslime sind längst zu kulturellen muslimen geworden oder ganz weggetreten viele die immer noch einen gott brauchen suchen sich andere götterfiguren aus aber nicht mehr den gottes islam aber umgekehrt wer konvertiert ist der möchte natürlich nicht die entscheidung als fehler zugeben und daher sind viele konvertiten noch ehrgeiziger und tiefer involviert als muslime aus islammehrheitländern so nach immerhin 30 minuten kommt dann eine ja wie soll ich das nennen diese präsentation ist die ist völlig gegenstandslos ohne jeglichen sinn oder wert es gibt doch keinen richtigen inhalt es sind wahllos auf der linken seite ein paar sätze aus islamtexten aufgeführt oft ohne quellenangabe noch dazu und dann auf der rechten seite irgendwelche worte die eigentlich völlig sinnlos sind unter der überschrift atheismus was der zweck hier ist oder was man damit anfangen soll das hat sich mir nicht erschlossen warum da ein paar namen stehen und was die aussage ist und warum das mit diesem namen verbunden wird und ich verstehe das nicht was hat denn das für eine aussagekraft was ist denn das für eine relevanz sorry das gilt für alle vier kategorien die hier angesprochen werden es ist einfach nur eine demonstration von ignoranz falsch und unverstandenen aussagen es fehlen ihm halt punkte mit zahlen die er verbinden kann und so wirkt das alles etwas unbeholfen und kindlich zum beispiel epistemologie hat nichts mit wahrheit zu tun da ist so viel im argen und die apologeten bei imantv schämen sich nicht mal und sind sich nicht bewusst dass sie sich lächerlich machen und das gespött derjenigen sind die eben keine fanboys sind und hier ist es egal ob moslem oder nicht und das geht dann eine halbe stunde lang dann hat das grauen ein ende man kann jetzt mit gästen diskutieren ähm nur sind die nach den ganzen zensurorgien rar es gibt keine gäste dazu kommt dass nur teilnehmer gesucht werden die sich nicht mit dem thema befasst haben und ahnungslos sind jede oder jeder der etwas ahnung hat wird gnadenlos zensiert weil die halt richtig angst haben vor versammelter mannschaft mit der wahrheit konfrontiert zu werden die verzweiflung die in meinen augen zumindest offenbart sich wenn zum beispiel nach einer werbepause die pflicht sich zu outen und nur mit kamera seine meinung sagen zu können die wird plötzlich aufgehoben ähm du kannst auf jeden fall auch in den stream kommen mit handy muss nicht unbedingt mit einer kamera rein und dadurch dass diese ganzen naiven kunden fehlen müssen die apologeten sich mit sich selbst beschäftigen und reden sich dabei um kopf und kragen sie merken gar nicht dass sie sich widersprechen dass aus der schablone islam letztendlich doch die entscheidung des einzelnen erforderlich ist um sein leben zu bestimmen was ja vorher streckt abgelehnt wurde weil subjektiv schelze und nach zwei stunden betteln kommt dann doch noch ein kandidat in die sendung und sofort macht sich die eingebaute schwäche der muslime generell bemerkbar nämlich die unfähigkeit abstrakt und in konzepten zu denken inwieweit gibt dir das einen sinn eine bedeutung also inwieweit es ist jetzt nicht so dass mir das einen sinn gibt das ganze ich finde eher die suche nach einem sinn also die lebenslange suche nach einem sinn erstaunlich ist in meinen augen diese wandlung wenn erst gesagt wird dass jeder aspekt des islams besprochen werden kann nur sobald die fragen spezifisch werden wird direkt geblockt die frage war themenrelevant und wichtig nur weil hier der islam eben kläglich versagt wird abgelenkt das ist einfach nur jämmerlich dass wir vielleicht davon zur warum frage kommen können aber ich wollte noch mal gleichern dass das nicht möglich ist weil das wirklich außerhalb des rahmens der wissenschaft ist naja und hier wird eben offensichtlich wie wissenschaftsfeindlich der islam tatsächlich ist und das kommt hier ganz klar zum vorschein und eine weitere schwäche offenbart sich hier nämlich dass ein gott vorausgesetzt wird und dann hinterher versucht wird eine berechtigung für den glauben daran zu finden also genau verkehrt rum und irgendwie geht das alles zurück auf das zeichnen nach vorgegebenen punkten und zahlen wenn die fehlen dann geht eben nichts das klingt für mich nach einer ausrede nach einem vorwand dass du dich nicht mit dem warum beschäftigen musst dass du dir selbst diese Einschränkung in den Weg legst ich beschäftige mich erstmal mit dem wie und danach mit dem warum oje naja ich hab mir jetzt diesen Stream angehört und ich sitze einfach nur kopfschüttelnd davor und außer ein paar Stirn klatscher und passiert da nicht viel ich kann einfach nicht glauben dass Aussagen die hier gemacht werden einem intelligenten Wesen entspringen ich weiß dass diese eine Aussage bezüglich einer Person ist aber wie kann man es denn sonst beschreiben wie kann man denn dieser Person zeigen dass hier eklatante Wissenslücken existieren und dazu noch mangelndes Nachdenken das kann man nicht höflicher umschreiben nur noch härter das könnte ich aber ich bemühe mich ja noch lieb und und einigermaßen höflich zu bleiben aber das ist doch nur absurd und dass dieser Mensch dann der nun wirklich wenig beitragen kann anderen auch noch Ratschläge geben will also diese Anmaßung und Fehleinschätzung ist ja nun wirklich bemerkenswert sagen wir es mal so rum einer der ersten Gründer der wissenschaftlichen Methode war Al-Hasan ibn al-Haytham und er ist ein Muslim und er sagt dass die Religion ihn angespornt hat seine Umgebung die Natur zu untersuchen naja es wird aber auch nichts ausgelassen erstens Al-Haytham das war ein Genie in meinen Augen aber er war kein Muslim er lehnte Religion als falsch ab und zweitens gibt es für die Behauptung dass Islam oder Religion ihn dazu gebracht hat keinerlei Belege das ist reines Wunschdenken und drittens er hat lediglich darauf bestanden dass Behauptungen belegbar sein müssen das ist ein klasse Ansatz jawohl aber mehr aber nicht ähm woher weißt du dass du der Sohn deiner Mutter bist naja hier ist kein Kommentar nötig aber das ist der Devil auf dem wir uns hier bewegen das ist Kindergartenniveau na und als er Gast dann Argumente bringt dann wird schnell ein weiterer Gast reingebracht um dem ersten das Wort abzuschneiden die das ist die übliche Taktik halt und als der die Gästin das war eine junge Dame als die dann signalisiert dass sie nicht fest an etwas glaubt oder nicht glaubt schlägt sofort der Dauermodus zu das heißt es gibt jetzt kein Thema mehr keine Beschränkung sondern alle Falschaussagen sind jetzt gestattet egal auf was die basieren denn die muss konvertiert werden nur tun sich die Islam aber naja gut die tun sich halt hier sehr schwer der Koran hat ja ein riesen Problem mit simpler Bruchrechnung das haben wir ja in der letzten Atheismus TV-Sendung gesehen das heißt das heißt es gibt Methoden zu Wahrheiten zu kommen ohne dass wir sie messen müssen ja Bruchrechnen nennt sich das und hier setzt sich das fort weil Bruchrechnung das ist keine Arithmetik sondern wird dem Bereich Logik zugesprochen was natürlich völliger Unsinn ist auch soll simple Bruchrechnung eine Messung erforderlich machen wie kann man denn messen wie viele Zehntel das ist unglaublich auch können kann nee umgekehrt es kann ein Buch mehr sein als zehn Bücher je nachdem wie dick die sind das ist ja nicht immer nur die Anzahl da muss man vorher definieren nach was für Kriterien man urteilt und nicht einfach so ins Blaue hinein also da fehlt jede Scheu sich bei jedem Thema egal wie simpel sich zu blamieren und dann wird auch eine zweite Schwäche offensichtlich die Disanalogie Islam-Apologeten ich weiß nicht warum die bringen ständig Beispiele oder Analogien die gar keine sind und auch nicht zum Verständnis beitragen und auch völlig unnötig sind ich weiß nicht warum die das machen aber hier leider irrt sich der Gast hier weil der Wahrheitsgehalt eine Aussage ist nicht nur abhängig von Messungen also das ist nicht nur die Empirie sondern auch logische Schlussfolgerungen können zur Wahrheit führen daher konnten wir ja zeigen zum Beispiel dass die jüdischen christlichen und Islamgötter gar nicht existieren können das ist eine logische Schlussfolgerung und keine Messung naja und so endet der 4 Stunden Stream schon nach gut 3 Stunden mangels Mitmacher was also hat ImanTV erreicht naja nichts Positives nur gibt es jetzt noch mehr Lacher als vorher und mehr Leute die an jedem zweifeln was die sagen herzlichen Glückwunsch das war meine Analyse für heute ich gehe jetzt erstmal Ostereier suchen danke für die Geduld und die Zeit wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video ciao bis zum nächsten Video